Potsdam ist eine historische Stadt. Vielleicht klemmt es noch an dieser und jener Ecke, aber dafür, denke ich, haben wir unsere Politiker. Mein Name ist Manfred Hildenbrand. Ich unterstütze Saskia Ludwig, weil sie sich für die dringend notwendige größere Förderung des Umbaus und des Neubaus familien- und altersgerechter Wohnungen einsetzt.